Servus Leute, Embers hier und eigentlich wollte ich mit euch heute über dieses Bild hier sprechen und zwar ist es wohl über Twitter gepostet worden von Diablo bereitet euch für Höllengeschenke vor und das Ganze soll auch für unsere Zeit jetzt am Freitag, also morgen um 19 Uhr vorgestellt werden da wollte ich mit euch so ein bisschen spekulieren, Geschenke, Hölle, irgendwie, Diablo, keine Ahnung hab schon gedacht, so okay, vielleicht irgendwie eine Ankündigung von der neuen Letter, vielleicht irgendwelche Balances denn wir haben schon noch früher mit der Community diskutiert wenn es eine neue Letter geben sollte, dann spielen wir die nur oder mein Interesse wäre nur, wenn es dann irgendwie neue Rundleute geben würde, neue Items oder irgendwas Neues was es halt in Non-Letter nicht gibt, denn ansonsten ist halt der Spaß einfach nur auf 99 Rushen marginal ja, aber dann, das war das Thema 1 dann habe ich aber eben gesehen, Zack Diablo 2 Patch 2.4 Highlights kommt bald ich gucke mal gerade, ob ich hier ein bisschen reinzoomen kann, damit das Ganze auch schön groß ist ich denke mal, das dann auch schöner zu lesen ähm, vielleicht sollte ich dann aber auch, ähm, hier raus in diese Richtung na egal, ich mache mich einfach ein bisschen kleiner, denn ich bin nicht so wichtig ähm, ja, Selbsterkenntnis ist der erste Weg zur Verbesserung aber auf jeden Fall, schauen wir doch mal was, was steht denn hier an also, erst einmal Diablo 2 auferstandenen Patch 2.4 Highlights kommt bald heute 15. Dezember ich weiß, ich muss das jetzt schnell durchbekommen ja, Servus Leute, äh, wir möchten diese Gelegenheit nutzen um aufregende, bevorstehende Balance Änderungen hervorzuheben zusammen mit einigen neuen Funktionen, die uns vom nächsten Diablo 2 Resurrected Update erscheinen werden also, es ist natürlich die Frage skilled man oder balanced man einmal neu bringt man neue Runenwörter rein, neue Items rein es ist die Gefahr ich muss sagen, das ist jetzt bestimmt, keine Ahnung wann war das 2010, 11, 12 irgendwie so in der Richtung als damals umgeswitcht wurde mit Synergieeffekten das gab es nämlich vorher nicht mit bei D2 äh, war es am Anfang eine riesen Umstellung aber, es hat sich bewährt, es hat richtig Bock gemacht und jetzt ist es vielleicht nochmal so ein Anreiz vielleicht auch so Skills wie, ähm, bei der Assa da hat man ja mehr oder weniger nur Trap Assa, die man aktuell spielt oder beim Barb sind ja nur Kriegsschrei ah, jetzt ist man die Maus äh, Kriegsschrei, wo man da gar nicht nutzt also so ein Cry Barb oder irgendwas oder Wurf sperren irgendwas nutzt man ja den Barb gar nicht vielleicht kommt das in Zukunft oder auch bei der Zauberin früher war die Hydra Zorg interessant die macht ja keinen Schaden ja, vielleicht kann man da mal so ein bisschen was machen also wer weiß, wir lesen mal weiter dann Ranglistenspiel, also Ranked Änderung an den Klassen Sölteneränderung, nice und neue Runenwörter, ja Entwickler Updates streamen ähm, bereitet euch darauf vor, Ruhm zu suchen Ladder Ranked Spiel kommt Anfang nächsten Jahres ah, okay, also schade ich hätte jetzt gedacht, dass es vielleicht am Freitag kommt also quasi morgen ähm, war immer Prio dieser Modus ein reibungslosen Erlebnis okay, das war ja schon bekannt der Wettbewerbscharakter dieser Funktion erfordert Stabilität klar, wenn man auf Level 99 zuschauen möchte ist natürlich doof, wenn man zwei, dreimal stirbt wegen Lags oder Server sind, äh, nicht in der Lage richtig zu funktionieren unser Team haben weiterhin Zeit investiert Spielerlebnisse und die Leistung für alle Reibungsloser zu gestalten wir können es kaum erwarten äh, mit ihrem Aufstieg beginnen aber lassen sie uns vor, erst auf eine okay, und die Details so gut, was kann man in der neuen Ladder spielen ähm, die Standardleiter, ähm, mit den vier Akten okay, Hardcore, Standard, dann die Erweiterung und die Hardcore Erweiterung das ist jetzt nichts Besonderes so, jetzt haben zum ersten Mal, äh, die Spiele die Möglichkeit eine Vielzahl neuer Runenwörter nice, im Laddersystem freizuschalten um es klar zu sagen diese Runenwörter gab es im Spiel noch nie zuvor und das finde ich nice, ja ich finde, es gibt halt nochmal einen neuen Auftrieb und es müssen halt auch Runenwörter sein die natürlich a gut sind aber auch, äh, in so eine Schublade passen um gewisse Sachen anders zu spielen weil, und vielleicht auch mal das ich weiß, damit, da wird es ein paar Leute geben die mich dafür hassen werden äh, vielleicht auch Enigma nochmal anpassen dass nicht jeder Charakter einfach sich teleportieren kann ich mag es, es ist super nice gerade, ja, mit dem Totenbeschwörer damit rumzutälen aber es ist einfach zu stark eigentlich, ja dass es da irgendwie eine Änderung gibt dass man halt auch andere Rüstungen bauen kann gut, ähm, diese Runenwörter gab es noch nie zuvor und sie werden im Nicht-Leaderspiel nicht zugänglich sein also so wie früher Non-Leader ist das, was ihr jetzt habt und in der Ladder könnt ihr neue Sachen finden und neue Runenwörter bauen und wenn die Ladder vorbei ist vielleicht nach einem halben Jahr könnt ihr die mit im Neu in euren alten Non-Leader-Charakter nutzen und dann geht es wieder eine neue Ladder so war es auf jeden Fall früher Am Ende einer Ladder-Saison werden die Ladder-Charaktere von Spielern die diese Runenwörter erfolgreich erstellt haben in eine Nicht-Leader-Version des Spiels verschoben zu Beginn der nächsten Ladder-Saison werden die Spieler dann einen neuen Ladder-Charakter erstellen und von vorne beginnen Okay, so wie früher Um neue Belohnungen zu verdienen Momentan haben wir keinen speziellen neuen Runenwörter zum Präsentieren aber wenn du unserem Entwickler-Update-Stream weiter unten anhörst vom Inhalt der Stelle Oh, Mr. Lama, nice kannst du einen Blick darauf werfen Okay, dann wird es bei Mr. Lama neue Runenwörter geben Zu guter Letzt haben wir eine Diskussion rund um das Ladder-Rank-Spiel in der Community verfolgt Die Dauer der Ladder ist ein Element das unser Team immer noch versucht abzuschätzen Während wir voranschreiten aber versuchen den Rush einer neuen Ladder zu erzeugen besten Zeitrahmen für die Ladder Okay, entspricht momentan erwägen wir vier Monate für die Ladder-Saison Wir werden weiterhin die Meinung präferenzen Okay, gut, also etwa vier Monate Mal schauen, was dann am Ende bei rumkommt aber natürlich, je länger es ist umso länger muss man auch auf die Gegenstände warten um die dann später in Non-Ladder zu nutzen und je kürzer es ist umso schwerer ist es natürlich Level 99 zu erreichen So, Klassenbilanzänderung, nice Jetzt geht es los Jetzt gibt es ein Rebalancing Ich bin mal gespannt, was die machen Das fehlt jetzt ewig Also, das kann Fluch und Segen zugleich sein Ja, machen die Wir gucken mal So, also nach so vielen Anfeindungen der Community freuen wir uns, mitteilen Fans und so weiter Wir haben da vieles mehr Ziele zu erreichen Wir möchten die befähigen Bills spielen Möchten kreativ sein Gut Mit der Amazon fangen wir an Agilität, Vielseitigkeit der Amazone sind tiefgreifend Generell gefällt uns der aktuelle Stand der Amazon-Klasse Und wir halten sie für recht ausgeglichen Ja, man kann sie mit Java gut spielen Als Bogen gut spielen Es hat die Frage, wie die Skills individuell ist So eine Java Ich kenne keine Gift-Java Immer nur die Blitz-Java Mal gucken Nichtsdestotrotz sehen wir eine Chance Die Nahkampffähigkeiten der Amazonen zu verbessern Wir möchten die Stärken einiger weniger genutzte Nahkampffertigkeiten Wir ausspießen, verteidigen, stärken Okay, nice Um mehr Gründe für ihre Verwendung zu geben Wir prüfen auch Synergienanforderungen für Nah Ah, also Synergieanforderungen Ja, das Thema Synergien wird wohl dann weiterhin bleiben Es ist nicht so, dass die jetzt hingehen und sagen Wir machen uns wieder die Rolle rückwärts, wie es früher war Anforderungen für Nahkampffertigkeiten freizugeben Um mehr Freiraum für Fertigkeitspunkte und andere Möglichkeiten zu bieten Darüber hinaus erwähnen wir auch bestimmte Fähigkeiten Bogen, okay Zu verbessern, um das Bogen-Gameplay in höheren Schwierigkeitsklaren zu verbessern Gut, bin ich mal gespannt Ist nice Die Assa Die Assa besiegt das Böse mit großer Leichtigkeit Aus der Dunkelheit Für diese Klasse sehen wir jedoch eine Gelegenheit für die Kampfkunst Okay Combat Assa dann Kampfkunstfertigkeiten können in höheren Schwierigkeitsgraden immer schwieriger werden Da überdenken wir, dass das Generieren und Ausgehen von Kombo-Punkten verbessern können Darüber hinaus werden verschiedene Fallenfertigkeiten nicht oft verwendet Da überdenken wir die Synergie Okay Gut, also sowohl für Nahkampf Da haben wir so eine WB-Assa vielleicht in Zukunft ein bisschen mehr Dass die da so mehr oder eine Kick sind Wer weiß Als auch jetzt nicht immer nur die Blitz-Assassine Mal gucken Da gibt es auf jeden Fall dann in Zukunft neue Spielvarianten Der Barb Bin ich auch mal gespannt Muskelkraft des Barbs ist unübertroffen Nichtsdestotrotz sehen wir Möglichkeiten Die Kampffertigkeiten vielfältiger zu gestalten Wir prüfen Ob wir mit Kampffertigkeiten wie Sprungangriff und Grimwort Oh, der Grimwort endlich Der ist ja eigentlich planlos Der bringt ja gar nichts Mehr Möglichkeiten hinzuzufügen Und gleichzeitig die Anforderungen an die Fertigkeitssynergien neu bewerten Um mehr Gründe zu fördern Punkte für bestimmte Kampffertigkeiten auszugehen Darüber hinaus sind wir der Meinung Dass das Werfen von Barbaren Also von Barbaren Werfen Und wahrscheinlich Sperren und Wurfexten Machidekabler sein kann Also prüfen wir die Verbesserung der Fähigkeiten Doppelwurf und Wurfbeherrschung Aha Ist mal nice Dann kann man aber mit dem Barb auch ein bisschen Fernangriff machen Wird auf jeden Fall was interessantes werden Freue ich mich Droide Bin ich mal gespannt Obwohl die da Oh, ist viel Sex beim Droiden Obwohl die da was ändern Die bestialische Wildheit des Droiden lässt alle erzittern Vor diesem Hintergrund Sehen wir spannende Möglichkeiten Bestimmte Aspekte dieser Klasse zu verbessern Aus unserer Sicht sind Droiden Feuerfertigkeiten Ja, die sind echt low Unterdurchschnittlich Wir bewerten die Zauberverzögerung Ja, das macht gar keinen Spaß Wenn dieses Magma-Ding da rumfliegt Wir Feuerfertigkeiten neu untersuchen Verbesserung einer ihrer physischen Schadenskomponenten Und verbessern die Synergien Okay Wir schauen uns auch mögliche Optimierungen an Die anderen Elementarfertigkeiten betreffen Die zu wenig genutzt werden Wir möchten auch die Steuerung für Arctic Blast Okay, dieser arktische Wind Verbessern Zum Beispiel mehr freie Form kanalisieren zu lassen Und das Ziel nicht mehr auf jeweils einpeilen Gut, das hat man ja gar nicht benutzt Vielleicht kann man so einen riesen Spray draus machen Dass man alle einfriert Und dann irgendwie ein Gemetzel dann hinten dran macht Dass man quasi das wie so einen CC-Effekt nutzt Irgendwie casten Alle frieren ein Und dann kann man nochmal mit anderen Fertigkeiten Könnte ich mir ganz gut vorstellen In Bezug auf Beschwörungsfertigkeiten Ah, glauben wir, dass Beschwörungen auf hohem Schwierigkeitsgrad schwach sind? Ist es Die haben kein HP, kein Damage, kein gar nichts An dieser Front bewerten wir Gesundheitszuwächse pro Level Verbesserung der Lebensqualität Schadensaufschluss und neue Synergien Für Raben, Wölfe und Ranken Okay, nur der Bär ist halt natürlich Tanki Wie sich evaluieren wir Verbesserungen der Werbefertigkeiten Okay Okay, dass sie sich auch nochmal verwandelt Nice Wie sich hauptsächlich auf Synergieverbesserungen konzentrieren Totenbeschwörer Der Negromancer Da bin ich echt gespannt Kleiner Text Der Befehlshaber des Todes Schickt seine Feinde in ein frühes Grab Wie die Amazone gefällt uns Der aktuelle Stand des Negros sehr gut Nichtsdestotrotz sehen wir eine Möglichkeit Bestimmte Beschwörungen zu verbessern Was wie Blutgolem Ja, Feuergolem Von denen wir glauben, dass die zu Ah, und Magier Die Magier machen ja eigentlich auch nichts an Schaden Von denen wir glauben, dass die zu wenig genutzt werden Wir gleichen Elementarschäden Auf uns Geldmagiern aus Machen weniger genutzt Zu Golems eher gut Kann man machen Darüber hinaus Sehen wir Möglichkeiten zur Verbesserung der Knochenfähigkeiten Im hohen Schwierigkeitsgrad Sehr gut Als nächstes der Paladin Mal gucken Ja, kleiner Text Mittelmäßig Der Zorn des Heiligen Eifahrers ist herrlich Trotzdem glauben wir, dass bestimmte Kampffertigkeiten Zu wenig genutzt werden Wir suchen nach Wegen weniger genutzte Fähigkeiten Die Fist of Heaven Nice FOH Stärker zu nutzen, damit Spieler mehr Gründe haben Fähigkeitspunkte auszugeben Sehr nice Ich mag diesen Skill Gerade im PvP Wir sehen auch eine Möglichkeit Die Fähigkeiten der offensiven Auren zu skalieren Dazu gehört auch das Verbessern des Aoe-Schadens Auren Um sie kurze Distanz effektiver zu machen Außerdem möchten wir Dorn verbessern Damit sie besser skalieren Und auf Höhe und Stuben zulässiger Schaden machen Okay Also Palak kann sein, dass er auch wieder komplett neu wird Die Zauberin Es gibt keine größeren Meister der Elementar als der Magier Wir sind Zustand zufrieden Keine Okay Was die Kältefertigkeiten betrifft So glauben wir, dass es bei den Rüstungen Okay, bei den allen dreien Mehr Vielfalt geben kann Und besondere Vorteile zu erzielen Was kann man da machen? Schauen wir mal Wir prüfen auch mehr Bildmöglichkeiten Für weniger genutzte Blitzfertigkeiten hinzuzufügen Indem wir die Skill-Synergien erkunden Klar, eigentlich macht man nur Blitzschlag und Kettenblitz Ab und zu gibt es mal noch eine Nova Gewitter kann man mal parallel machen Aber das war es dann auch so Sowas wie Combo-Blitz oder irgendwas Ja, Nova fände ich eigentlich ganz gut Ich mag diese Art von Skill Zu guter Letzt überdenken wir auch Feuerfertigkeiten Und wen ich genutze wie Hydra Zu verbessern Ähnlich wie bei Arc Blast Untersuchen wir auch die Verbesserung von Inferno-Fertigkeiten Okay, gut Den Söldner, den Murky Gibt es neue Runenwörter Perfekt neue Runenwörter Und wir sind noch nicht fertig Änderung der Klassenbalance Sind nicht die einzigen Updates Die Spieler sehen möchten Wir haben viel Feedback von der Community Ja, es ist halt natürlich momentan so Seit Jahren Dass man nur den Act 2 Söldner nimmt Ab und zu mal den Act 1 Wenn man Pace Also um die Fun Aura drin haben zu wollen Aber Act 3 Diesen Caster Den gab es nur eine ganz kurze Zeit Mit dem Aura-Bug Wo man dann Ähm Diesen Auren Diese Feuerauras decken konnte Um PvP einfach alles zu killen Ähm Das war mal Eine kurze Zeit lustig Aber ansonsten Den Act 5 War ab und zwar gar nicht Also das ist eigentlich Nur den Act 2 Söldner Ähm Und Verbesserung Söldner Auf verschiedenste Weise Viel Spieler Verwenden gerne den Wüsten Söldner Und wir möchten Noch mehr Gründe für den Einsatz Der anderen 3 Söldner nennen Act 1 Act 3 Ja auch stimmt Act 4 gibt es ja gar nicht Ja Äh Daher versuchen wir ihre Fähigkeiten Und Werte zu verbessern Um ihre Identitäten Fantasie zu verbessern Neue Horror-Train-Würfel-Rezepte Nice Set-Item-Änderung Und neue Runenwörter Sind in Sicht Perfekt Neue Würfel-Rezepte Die implementiert werden Ermöglichen eine Verbesserung Der Gegenstandsqualität Von Set-Gegenständen Um mehr Möglichkeiten Zum Bauen von Gegenständen Zu bieten Änderungen an Set-Items Werden leistungsschwache Set-Items aktualisieren Interessant Da braucht man nicht mehr Nur noch die IK Tals und alles mögliche Also die Elite-Sets Sondern vielleicht auch Die Low-Sets Um mehr Ponys zu erhalten Boah Das wird interessant Also da kann man wieder Viel experimentieren Da gibt viel zu entdecken Was den Spielern Mehr anreize gibt Partielle und Vollständige Set-Items Zu verfolgen Die die oben erwähnten Skill-Änderungen ergänzen können Zu guter Letzt Werden neue Ruhen-Wörter hinzugefügt Um die mit den Updates Kommenden Änderungen An Fähigkeiten Sollten zu ergänzen Nice Und Mr. Lama Macht Sechzehnten Das ist Oh Also quasi heute dann Wenn das Video rauskommt Dann irgendwann abends Ich weiß nicht Sechs, sieben Stunden Dazu zählen So Und dann Ähm Ähm Von Mr. Lama Oh Der hat einige Leute dann dabei Gelegenheit für Mitglieder Community Sein Fragen zu stellen Wir können es kaum erwarten Gut Ja Dann haben wir dann nochmal Ist einiges geboten Hätte ich jetzt nicht gedacht Richtig geil Also Da muss man mal sagen Respekt Also Leute Was mich jetzt interessieren würde Was glaubt ihr Welche Änderungen kommen Ähm Kommt auf sowas wie Stackbare Runen Also quasi die Low Runen Die stackbaren Juwele Was ist da noch Alles hinten dran Vor allem Richtig cool Es gibt ein Update Es gibt D2 Neu zu entdecken Und meine Bitte Jetzt an euch Damit Es gibt viele Die ja im September Mal angefangen haben Mit D2 Und jetzt aus Langeweile Was halt auch immer Aufgehört haben zu spielen Das sieht man ja An den Servern Die funktionieren wieder besser Ich würde mich freuen Wenn ihr allen Leuten Die irgendwie in Foren Auf Facebook Oder was auch immer Wo man Kontakt hatte Ähm Auf dem Discord Auf irgendwelchen Servern Schreibt Hey es gibt ein Update Dass ihr alle das mitbekommen Und natürlich auch Irgendwelche YouTube Videos Schreibt Ganz viel in die Kommentare Dass dann einfach Der YouTube Algorithmus hochschießt Gerne auch hier dieses Video Dass einfach Die Leute So viel wie möglich Darüber informiert werden Hey es gibt ein neues D2 Auch wie der alte Hasen Die es von früher noch kannten Sagen ja okay es war mal schön Mal einen Monat zu spielen Aber Ähm ja Es ist halt ein altes Spiel Es gibt so viele Updates Momentan hinten dran Ähm gerade jetzt von vor zwei Wochen Ähm dass man jetzt diese Fastcast hatte Ähm ja würde mich einfach freuen Ähm ich schreibe auch nochmal Im Discord zu den Leuten Ähm dass sie dieses Video Einfach spammen sollen Mit den Kommentaren Vielleicht schaffen wir es einfach Dass da einfach die Reichweite Erhöht wird Und möglichst viele Wieder D2 erspielen Ähm würde mich auf jeden Fall freuen Und ja ich feiere das Also da muss man noch sagen Ich weiß nicht wann Wann es die letzte Änderung gab Ähm dass die das jetzt wieder gemacht haben Ähm ich bin gespannt wie es ist Aber ich freue mich auf jeden Fall drauf Denn das bedeutet auf jeden Fall Dass Blizzard oder das Team Diablo 2 nicht einfach links liegen lässt Ähm und sterben lässt Sondern auf jeden Fall hinten dran ist Und das freut mich Ja also das ist Das finde ich echt mega nice Ja gut Also ich freue mich auf jeden Fall Über ganz ganz viele Kommentare Leute Schreibt mal bitte unter das Video Was denkt ihr Was kommt Wie Was habt ihr für Erwartungen Hoffnung Boah Leute ich bin echt Ich bin echt froh dass das kommt Und kann es kaum erwarten Und das ist für mich auch ein Grund zu sagen Ich spiele dann die neue Ladder Ja Weil vorher Ich dachte so Och neue Ladder So viel Zeit habe ich nicht Und so weiter Aber ich werde die neue Ladder spielen Ich hoffe ihr habt auch Bock Ähm dann fangen wir wieder von vorne an Und lasst das Grinden Und das Looten beginnen Also Leute Vielen Dank fürs Zuschauen Und ja Ich freue mich echt jetzt Äh Auf das was jetzt kommt Also ich meine Ich bin raus Ich bin raus Ich bin raus Ich bin raus Ich bin raus